Hallihallöchen, mein Name ist Lars und das ist eine weitere Ausgabe von The Planner Creations hier bei uns im Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei bist, denn heute modellieren wir ein Schwert. Wir mappen das Ganze und wir texturieren das händig mit magischen Runen. Würde euch das Ganze interessiert, lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und abonnier auch gerne unseren Kanal für weitere Videos, gerade auch zum Supporten auf dem Weg zur 1000 Abonnenten Marke. Vielen Dank an jeden von euch, der hier dabei ist. Wir beginnen wie immer sehr simpel und zwar starten wir mit dem Default Cube in Blender. Den werden wir uns heute nehmen und direkt mal in der Seitenansicht über Nummernblock 1 genauer angucken, denn ihn wollen wir verwandeln. Zuerst einmal müssen wir in den Edit Mode gehen und jetzt direkt über Alt-Z nämlich loslegen und zwar die obere Fläche, also die oberen vier Vertices, die wir hier haben, die müssen nach oben verschoben werden und zwar mit einem Extrude. Hierzu nehmen wir erstmal Efe Extrude und nehmen mal ca. dieses Stück bis hier hin. Im Anschluss daran werden wir das Ganze nochmal hier extruden, ungefähr so. Und jetzt haben wir schon so einen ersten kleinen Stecher. Dann werden wir nochmal bis hier hin gehen, schätzungsweise vielleicht noch mal bis da so für einen weiteren kleinen Knick. Hier nochmal nach außen gehen und dann kommt eben hier oben drüber die Plate an dieser Stelle hier. Jetzt können wir uns mit dieser Grundform, die wir hier schon haben, das Nötigste aufbauen. Wir wechseln mal hierbei aus der Seitenansicht heraus und nehmen uns mal hier die seitlichen Faces, nämlich dieses hier und dieses hier. Die beiden werden wir extruden über E und zwar mit Skalierung nach außen in dem Falle so. Und hier können wir jetzt schon das erste Simple bauen, nämlich so einen eher RPG-mäßigen Griff. Wir machen das Ganze nochmal, indem wir nochmal skalieren bis hier hin und dann, werdet ihr auch schon gleich merken, da wird es nämlich relativ lustig werden, wenn wir jetzt anfangen mit Z zu skalieren. Erst nochmal bis hier hin gehen, zum Beispiel so, dann das Ganze eben nochmal extruden und wieder skalieren über die X-Achse bis hier hin circa. Dann das Ganze jetzt, das wir hier haben, noch einmal wiederholen und dann nochmal skalieren. Und zwar jetzt an dieser Stelle hier, können wir anfangen, so einen kleinen Bogen zu designen. Mit dem oberen Face ausgewählt auf beiden Seiten, extruden wir nach oben bis hier hin und noch einmal bis dorthin. Und jetzt können wir es auch auf der Unterseite machen. Von hier unten ausgehend die Flächen auswählen, E für Extrude bis dorthin, E für Extrude bis dorthin. Und jetzt kommt schon der spaßige Part, denn jetzt wird erstmal diese beiden Flächen hier nach innen skaliert. Ungefähr so. Dann nehmen wir den entweder Individual Origin oder eben Active Element bestenfalls und wir rotieren uns hierbei individuell um unsere Objekte drumherum. Den einen in die Richtung plus, den anderen in die Richtung minus. Nur hier schon ein Spartipp von mir, denn wir müssen genau genommen eigentlich nur eine Seite von beiden bearbeiten, den Rest kann später der Mirror Modifier für uns machen. Deswegen konzentrieren wir uns mal eben nur auf die rechte Seite noch des Objektes. Die linke lassen wir nachher einfach spiegeln. Hier formeln wir jetzt eben so ein paar Fantasy-RPG-mäßige Griffe heraus. Die Seiten können wir auch gerne noch ein bisschen weiter vergrößern, bis hier hin zum Beispiel. Und dann können wir hier oben das Ganze auch verkleinern wieder. So. Und dann hier rüber gehen. Jetzt haben wir schon hier so den ersten kleinen Griff. Ist es auch nicht zwingenderweise das Hübscheste, aber es ist zweckmäßig und das soll es ja auch für dieses Video sein. Hier noch nach unten. Und das nochmal so ein bisschen nachjustieren. So. Als nächstes haben wir auf dieser Höhe hier oben. Dort beginnt nach rechts gehen noch ein paar Zacken. Den hier lassen wir nochmal extruden bis dorthin. Dann werden wir nochmal hier hingehen. Hier aber schon in der Z-Achse skalieren. Ungefähr so, dass wir hier ein bisschen das Ganze einfach anbinden können. Hier nochmal extruden erneut. Und wir nach oben gehen aber mit einer kleinen Rotation ungefähr so. Skalieren in der Z-Achse genauso. Und dann noch ein letztes Mal hier hin und das weiter oben auch wieder rotieren, bis es eben passt. Und dann haben wir auch hier schon unseren nächsten Part, bis dorthin gehend. Sieht sich erstmal noch nicht sehr besonders aus, aber das kommt gleich. Denn jetzt werden wir dem Ganzen ein bisschen Charakter geben, indem wir hier unten diese Edge, die wir hier gebaut haben, erstmal mal breiter skalieren über die X-Achse. Scale in der X-Achse nach außen bis ca. dorthin. Und dann haben wir auch schon hier den ersten Knick. Dann können wir hingehen, hier nochmal einen Sub-Divide einfügen. Oder eben einen Loop-Cut, das hier. Und auch das nochmal Scale X nach innen bewegen lassen. Und dafür hier oben die Kante, die wir hier erschaffen haben, nochmal nach außen skalieren, in diese Richtung. Jetzt erkennt ihr schon, wird das Ganze langsam etwas geformter. Ist aber noch lange nicht perfekt. Denn wir können an allen Ecken und Kanten, auch weil es Low-Poly ist eben, uns noch ein deutliches Stück verbessern. Hier nochmal ein wenig das Ganze nachrücken. Es eben ein bisschen passender machen zur Proportionen vom gesamten Schwert. Aber ihr werdet das Stück für Stück auch selbst hinbekommen. Und jetzt im Nachhinein kommt hier oben drauf, nämlich die Schwertklinge. Wir werden dieses Face, das wir hier haben, erst einmal jetzt in der X-Achse scalen. Und zwar so. Und hier oben die außenstehende Fläche in der X-Achse bewegen. Nach außen. Bis hierhin. Dann können wir das ganze Mesh einmal mit einem Loop-Cut-Steuerung R versehen. Und zwar, um es in zwei Hälften zu trennen. Und zwar in dieser Achse. Aber gleichzeitig auch hier unten nochmal verwenden. Von hier aus nach dort. Mit Scale und die X-Achse mit dem Wert 0. Jetzt können wir hingehen hierbei und dieses Mesh in zwei Hälften trennen. Die linke Seite löschen wir komplett über X-Delete-Vertices. Und die rechte spiegeln wir mit dem Mirror-Modifier nach links herüber. Jetzt seht ihr schon hier, wir sind nicht ganz mittig. Ist aber auch vollkommen okay. Kann passieren. Nochmal die Vertices hier auswählen. Scale X-Achse mit 0. Und dann müssen wir es aber hier umstellen. Nämlich von dem Individual-Origin auf den 3D-Cursor. Scale X-Achse bis dorthin. Et voilà. Jetzt kommt die Blade. Die Klinge oben drauf. Wir verwenden hierfür diese beiden Flächen. Und wir insetten die einmal. Und zwar in diese Richtung nach innen. Dann müssen wir hingehen und die beiden Kanten, die wir hier innen haben, über X-Delete-Edges heraus löschen. Jetzt müssen diese beiden, die wir hier haben, dafür aber auch in die Stelle nachrücken. Scale X-Achse mit 0 zum 3D-Cursor hin. Und wir sind wieder passend. Und jetzt können die beiden Flächen, die wir hier oben haben, genutzt werden für einen Extrude. E für Extrude nach oben. Und jetzt hat Achse nach oben. Und wir können hier raus eben die Klinge formen, mit der wir eben arbeiten möchten. Und spätestens hier gibt es so ein bisschen Kreativität und freie Möglichkeiten zur Gestaltung. Weil jetzt könnt ihr euch austoben, komplett von vorne bis hinten. Hier oben wiederum die Spitze. Das wird nachher nichts mehr Besonderes werden. Denn dort machen wir einfach klassisch so ein bisschen in die Mitte skalieren. Und das Schwert wieder zulaufen lassen. Auch im letzten Step hier oben. Gern nochmal bis dorthin gehen. So, und dann haben wir hier schon unsere simple Form vom Schwert. Mit jetzt noch Designmöglichkeiten weiter unten. Auch hier nochmal einen Cut einfügen. Zum Beispiel hier nochmal hier einen weiteren hineinfügen. Skalieren um die X-Achse so ein bisschen. Um eben anzudeuten, das hier ist eine machtvolle Klinge. Die vielleicht auch einen gewissen Hintergrund hat. Und mit Loop Cuts könnt ihr hier designen, wie ihr möchtet. Auch genauso hier oben jeden zweiten Ring zum Beispiel. Den hier und den hier und auch den hier. Scale X-Achse auswählen. Bis dorthin als Beispiel. Und das Ganze eben einfach anpassen und nutzen. Ihr könnt es so lange machen, bis ihr mit eurem Schwert zufrieden seid. Und ansonsten könnt ihr auch schon ans Mapping gehen. Das wird für ein Schwert erstmal reichen. Ihr merkt aber jetzt auch schon eine Sache. Und zwar das Verhältnis zwischen der Länge der Klinge und hier unten dem Griff passt nicht ganz. Wir sollten schauen, dass die Länge hier nach oben laufend etwas mehr wird. Deswegen können wir die Sachen hier auswählen. Und über GZ nach oben bewegen. Hier diese Richtung. Zum Beispiel so. Und jetzt auch nochmal hier in dem Falle nochmal nach innen scalen. Dass wir so von hier aus das Ganze starten lassen. Und hier oben vielleicht auch nochmal ein bisschen dünner werden. Und jetzt habt ihr ein magisches Schwert schon erschaffen in so einer Grundform. Mit dem Mirror Modifier haben wir uns hier bei das Leben einfach gemacht. In einer Achse. Wir können es aber auch in zwei nutzen. Und zwar, wenn wir in die Top-Down-View gehen über Nummernblock 7. Und wir dann nochmal Tab drücken für den Edit Mode. Und dann können wir alle Vertices hier hinten hier auswählen. Und über X-Delete Vertices nochmal löschen. Und dann den Mirror Modifier auch in der Y-Achse verwenden. Jetzt ist unser Schwert in beiden Achsen gespiegelt. Und das macht uns das Leben wiederum einfacher. Was euch noch gerade auffallen sollte, sind diese Vertices hier in der Mitte. Da scheint noch was nicht ganz zu stimmen. Und hierfür werden wir nochmal alle auswählen, die hier auf der X-Achse liegen. Und zwar genau bei dem Wert 0. Und wir machen nochmal Scale X mit 0. Dieses Schwert so in seiner Form können wir jetzt in dem Falle auch hier über den Mirror Modifier nochmal applyen. Denn jetzt haben wir die Grundform fertig soweit. Und das, was wir hier übrig haben, ist eben das Ergebnis einer schönen Modellierarbeit. Hier unten sehen wir aber noch eine Kante, die nicht da sein müsste. Und zwar hier in der Mitte getrennt. Die Flächen, die hier drin eingefügt wurden, die können wir noch löschen. Es sind dann doch ein paar mehr, als wir eigentlich wollten. Aber was sein muss, muss sein. Wir gehen hier rüber, hier hin und auch wieder nach unten. Und jetzt passt es doch direkt auch viel besser. Kommen wir jetzt zum UV-Mapping und zum Texturing. Das Mapping ist schnell gemacht hierbei. Kommen wir jetzt zum Mapping des Schwertes. Hierzu müssen wir uns die verschiedenen Bestandteile einmal genauer angucken und überlegen, was wollen wir eigentlich hiervon genau haben. Beginnen wir bei der Klinge oben. Die Klinge selbst hier ist ein Edge Loop, der drumherum läuft. Und zwar nochmal erkennbar hier. Den können wir über U Mark Seam einmal markieren. Dann, das Schwert selbst in der Mitte nach oben laufend hier, könnten wir sieben, wenn wir symmetrisch texturieren wollen. Wenn wir aber magische Runen eintragen, wäre das ziemlich doof. Deswegen wäre meine Empfehlung hier eher die seitliche Linie, die hier nach oben läuft, bis zur Spitze hin zu nehmen. Und hier oben in der Mitte, wo wir diese Kante noch rausstehen haben, erst einmal hier zu sagen, Mark Seam bis dorthin. Und dann eben noch hier bis zur Spitze hochlaufen, dort das hier mit dem hinteren und dem vorderen zu nehmen. Und hier zu sagen, auch Mark Seam. Wenn wir die Mirror Modifier Fähigkeit nochmal nutzen wollen, können wir aber auch den Seam komplett drumherum laufen lassen. Von hier aus herunter gehen, nochmal vom oberen Punkt aus, also von hier bis hinunter zum ersten Seam, bis hier unten hin. Und über Mark Seam das Ganze einfach einfärben. Denn, wenn wir Mirror Modifier entlang der Y-Achse nutzen, sind die Runen, die wir hier vorne aufmalen würden, auch hinten zu sehen. Und das Ganze hier können wir verwenden, weiter auch hin bei den Griffen des Schwerts. Wir markieren mal hier alles und lassen mal den Seam komplett rundherum laufen um unser Mesh. Und machen wir hier U für Mark Seam. Jetzt sollten wir uns überlegen, was wir genau eigentlich noch seamen wollen. Und wir müssen uns hierbei die einzelnen Edge Loops angucken, die wir hier im Mesh haben. Wo passt es hierbei am besten? Wir schnappen uns mal hier unten diesen hier, Mark Seam. Genauso schnappen wir uns auch mal diesen hier unten, der hier am ersten Griff rundherum läuft. So ungefähr. Bis hierhin, Mark Seam. Und jetzt haben wir noch den unteren Bereich, der hier ist. Das wäre dann diese Kante, diese hier, diese da hinten, die hier drumherum laufend. So bis dorthin. Und auch hier Mark Seam. Und das Ganze ist gesamt. Wunderbar. Und ab hier beginnt schon die Arbeit interessant zu werden. Denn mit diesen ganzen Themes, die wir jetzt haben, können wir uns mal das ganze Model angucken, wenn wir es mirroren würden. Nur mal Block 7 für die Top-Down-View. Und im Edit-Mode können wir dann mit X-Ray über Alt-Z aktiviert alle Vertices wählen, die in Richtung plus Y zeigen. Also hier vorne sind. Und über X diese löschen. Dann können wir den Mirror-Modifier erneut zum zweiten Mal, hier jetzt die Y-Achse spiegeln, statt der X-Achse. Und jetzt ist unser Schwert gesamt auf beiden Seiten und die Textur, die wir vorne haben, wird sich auch nach hinten entspiegeln. Im UV-Editing selbst ist es empfehlenswert, erstmal ein Layout zu bauen. Hier müssen wir einmal A drücken und dann U für Unwrap. Hier haben wir unsere Schwert-Komponenten und das sieht doch soweit auch ganz okay aus. Das heißt, damit sind wir auch schon auf einen Schlag hier fertig. Und jetzt geht es ans Painten. Und fürs Painten brauchen wir hier oben den Modus Texture Paint. Denn hier können jetzt nämlich entschieden werden, was denn überhaupt hier drauf kommen muss. Nur zuerst einmal seht ihr das Objekt in diesem pinken Farbton aufleuchten. Das bedeutet, wir haben entweder kein Material drauf oder ein Material, was in diesem Falle keine Textur zugewiesen hat. Hier in dem Falle ist beides wahr. Wir gehen auf die rote Weltkugel, wir sehen ein Material und wir müssen bei der Base Color aber hier eine Image-Texture hinzufügen. Die erstellen wir eben und die können wir auf meinen Weg einfach mal hier Sword nennen und so eine Größe haben von 2048 x 2048. Alpha darf gerne an sein, wir klicken einmal auf OK und schon haben wir hier unser Schwert. Bevor wir nur noch das Texturieren gehen, möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die wir nicht in der Blender Guide gemacht haben. Und zwar eine Entscheidung. Ihr könnt entscheiden, euer Objekt komplett in Blender zu painten oder das Ganze extern zu machen. Wenn ihr das Ganze extern machen möchtet, dann müsst ihr euer UV-Layout exportieren. Unter dem Reiter UV-Editing hier oben gibt es die Option, dass ihr dieses Layout, was ihr jetzt gerade hier seht, also alle unsere UV-Islands, die Inseln der Textur hier, exportieren könnt. Unter dem Reiter UV findet ihr hier unten am Ende Export UV-Layout und dann könnt ihr hier auf der rechten Seite alles konfigurieren, was ihr braucht. Zuerst einmal könnt ihr entscheiden, ob alle UV-Is prinzipiell mitgenommen werden. Ich entscheide mich hier für ja. Dann könnt ihr entscheiden, PNG, Scalable Vector Graphic oder hier in dem Fall der Encapsulate Post Script könnt ihr euch entscheiden oder PNG. Dann natürlich auch unten drunter, wie bei den Texturen die Größe. Wie groß wollt ihr das UV-Layout denn haben, um eine Textur zu erstellen? Ich würde hierbei den gleichen Wert nehmen, wie bei der Textur 2048x2048 und die Fill Opacity wiederum, die beschreibt als letztes hier unten, wie sichtbar eure UV-Islands denn sein sollen. Denn wenn ihr mal hingeht und hier schaut auf der linken Seite, habt ihr ja hier diese ganzen Flächen jetzt hier in dem Mapping eingefügt. Wenn ihr den Wert auf 1 setzt, werden die komplett dargestellt. Setzt ihr den Wert so auf 0,25 wie beginnt am Anfang, habt ihr die ganzen etwas transparenter. Das ermöglicht euch eben durch dieses Bild hindurch zu sehen. Die ganzen Flächen, die keine UV-Maps sind, also alles was hier oben in dem Bereich hier komplett leer ist, wird sowieso transparent gemacht werden. Und wenn ihr das jetzt hierbei ausgewählt habt, so in der Form, konfiguriert habt und ihr speichert das jetzt auch noch, dann habt ihr jetzt extern hier in dem Falle einen UV-Layout liegen und den ihr könnt jetzt in Photoshop bemalen oder sonst wie. Und im Nachhinein müsst ihr beim Texture-Painten das Ganze wieder hier über den Ordner-Symbol öffnen, das Bild reinladen und dann könnt ihr es auch hier auf eurem Schwert applaien. Die andere Variante machen wir jetzt und zwar komplett in Blender bemalen. Das heißt also, wir machen nichts extern und wir werden jetzt einfach... Jetzt können wir anfangen zu malen, wie wir wollen. Hier oben links wählen wir das Image einmal aus und zwar hier das Sword und schon haben wir Möglichkeiten. Zuerst einmal würde ich sagen, die gesamte Textur hier auf dem Schwert darf sich in einen eher Grauton verwandeln. Für den Grauton werden wir einfach hier oben die Farbe auswählen und zwar auf so ein Dunkelgrau, circa das hier und dann mit dem Fülleimer hier eben die Textur updaten. Das war vielleicht ein bisschen zu hell gewesen, machen wir es nochmal hier in dem Falle diesen Farbton hier so und wir machen nochmal das hier wunderbar. Als nächstes müssen wir uns überlegen, was wir designen wollen. Wir können jetzt nämlich zum Beispiel hier unten bei diesem Griff in der Mitte hingehen hier und dort zum Beispiel eine Art Smaragd oder so in der Form hinein designen. Wenn wir mal rechts in den Object-Mouse hineinschalten nochmal und wir mal gucken, wo diese vier Flächen überhaupt sind, müssen wir links oben hierbei nur erstmal im UV-Editing sagen Sync Selection. Jetzt sehen wir nämlich erstmal beim UV-Layout, nicht in der Texture-Paint, wo diese Sachen sind und das ist hier unten dieser kleine Teilbereich im Layout. Den können wir gebrauchen und in dem Falle wissen wir auch, wo wir malen wollen, sprich diese Flächen hier unten. Wir nehmen einmal die Farbe Rot, machen die Farbe wieder schön hell und nutzen jetzt hier erstmal mit dem Draw bei einem deutlich geringeren Radius von zum Beispiel eben 15 Pixel hier, wenn wir nicht Caps drücken würden, sondern zum Beispiel einfach 15 eintippen, so diesen kleinen Bereich hier unten und tragen das Ganze hier in dem Falle ein. Nur merkt ihr auch gerade, wir malen wieder in Grau. Liegt daran, dass wir die Farbe immer pro Modus auswählen können. Wir wollen hier die Farbe Rot fürs Drawen haben, also müssen wir sie auch so in der Form auswählen. Und jetzt können wir hier entspannt das Ganze bemalen. Einfach so ein bisschen hingehen, dieses Rot andeuten für ein Edelstein hier drin. Muss jetzt gerade fürs Video nicht fingen symmetrisch sein, aber ihr könnt dadurch auch einfach euch ein bisschen austoben und ausprobieren. Soll natürlich auch einfach für euch Spaß machen. Jetzt sehen wir schon hier, dass hier dieser rote Fleck auftaucht. Und das Ganze hat sogar seinen gewissen Stil. Wir gehen mal bis hier oben hin ein Stück drüber, so und verfolgen das Ganze. Hier haben wir jetzt unsere rote Rune in diesem magischen Schwert. Nur sieht es auch nicht ganz so super aus. Um das zu ändern, können wir eine Sache machen. Und zwar gehen wir hinunter zur Emission Color auf den gelben Punkt, fügen auch dort eine Image Texture hinzu. Diese hier. Und jetzt machen wir hier das gleiche Image drauf, also auch wieder Sword. Ist immer noch relativ dunkel, auch in dieser Ansicht hier. Aber jetzt fängt es an etwas zu leuchten. Und genau das wollen wir noch verstärken. Denn wenn wir jetzt hier hochgehen zu unseren Einstellungen bei den Fernse-Symbolen und wir ändern bei den Render-Properties hier, in dem Falle mal Bloom auf An und Ambient Occlusion ebenfalls. Und wir wechseln jetzt nochmal ins Material und verstärken die Emission hier unten. In dem Falle der Wert, den wir hier eingegeben haben, Emission Strength 1, könnte höher gehen. Sie das Ganze stärker aufleuchten. Genauso geht aber auch hier die Helligkeit des gesamten Meshes nach oben, weil es ein Grauton ist und kein Schwarzton. Deswegen machen wir folgendes. Wir nehmen nochmal hier die Farbe Schwarz und zwar beim Fülleimer nochmal. So. Und wir füllen den Rest nochmal ein. Und jetzt habt ihr doch schon ein ziemlich geniales Schwert. Komplett dunkel und direkt hier diesen richtig krassen Runen-Effekt. Sau, sau stark. Diesen Effekt erweitern wir jetzt, indem wir hier in die Seiten hineingehen und auch dort nochmal das Ganze auftragen. Wir schnappen uns also wieder hier oben links den Modus für Strong. Nehmen nochmal die rote Farbe heraus und zwar hier unten am unteren Rand. Und malen auch hier mal so einen kleinen Diamanten hinein. Und holen wir mal auftragen, merkt ihr wie geil das bitte aussieht. Bis hier hin das Ganze einmal ausmalen. So zum Beispiel. Vielleicht noch hier oben ein bisschen nachziehen das Ganze. Und schon kriegt ihr hier bestenfalls das Ganze hin. Jetzt merkt ihr aber auch eine Sache gerade. Wir haben die Textur nicht gespiegelt, wie sonst auch. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite gerade gemalt, aber rechts passiert nichts. Liegt daran, dass wir den Mirror Modifier nur in der einen Achse nutzen und nicht in der anderen. Wenn wir das ändern wollen, können wir das immer noch machen. Aber wir lassen das jetzt mal für den Moment auch immer so. Und malen auf beide Seiten handgemalt hierbei diese Diamanten drauf. So. Und auch hier der ist drin. Wie gesagt, nicht ganz symmetrisch, aber ist vollkommen okay. Genau so müssen wir hier oben noch die Farbe bei unserem ersten Diamanten austauschen. Denn hier ist es eher ein Orangenstamm, sondern ein Rot-Effekt. Und das würde ich gerne korrigieren. Aber nochmal drumherum. Bis hier hin. Bis nach unten. Und das Ganze nochmal ausmalen. Das ist wirklich so ein leicht hierbei eher pinklicheren Farbton mitnehmen. Ist durch die Emission aber auch vollkommen okay. Er sieht nach wie vor mit Rot auf Schwarz ziemlich, ziemlich sick aus. Ebenfalls können wir auch hier oben hingehen und hier zum Beispiel auch so meinetwegen kleine magische Kugeln andeuten. Einmal hier drin. Einmal hier drin vielleicht. So in der Form. Und dann das Ganze natürlich auch nochmal hier hin. Genauso auch gegenüber. Hier drin. Und dort oben. So. Bei der Klinge selbst hier könnten wir das ein bisschen jetzt austoben. Dadurch, dass wir keinen Mirror-Modifier haben, zumindest in der X-Achse, gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können meinetwegen Buchstaben hineinschreiben, kleine Symbole uns ausdenken, was auch immer. Was ich hierfür machen werde, ist, ich nutze hier mal den DeepL-Übersetzer. Wer ihn nicht kennt, ganz praktisch. Und hier werden wir uns jetzt mal etwas übersetzen lassen. Und zwar werden wir von Englisch ausgehend, auf der linken Seite hier, Englisch dort unten, ins Japanisch übersetzen. Finde ich immer super gut. Und wir schnappen uns hier mal das Wort, zum Beispiel Schwert. Schwert sieht hier, wie gesagt, japanisch so aus, hört sich hierbei so an. Das wäre in dem Fall dann mit Katakana. Und wir werden diese Buchstaben, die wir hier haben, einfach dort reinschreiben, von oben nach unten. Deswegen gehen wir hin und wir schreiben mal von der Schwertspitze, in dem Fall in der 2D-View, von oben nach unten das Ganze hinein. Auch mit der Farbe Rot. Radius nehmen wir hierfür mal, meinetwegen 8 Pixel. Und dann versuchen wir es mal eben von hier aus. Also einmal hier oben erste Rune eintragen. Das war ein Symbol, das so aussieht. Danach kommt das Ganze hier. So. Dann kommt das hier. Hier hin. Dann kommt hier dieser, ich nenne es mal diesen T-Balken. So. Unten drunter ein normaler Strich. Und dann nochmal bis hier hingehend ein gerader. Und dann eben hier das da. So. Und da habt ihr euer magisches Schwert bemalt. Von einer Seite so, von der anderen genauso. Jetzt können wir uns überlegen noch, bevor wir das Ganze abschließen, hier in den Object-Mode zu gehen. Und dann nochmal im Edit-Mode das Ganze hier ein bisschen dünner zu machen. Der Theme bleibt ja identisch. Wir können aber hingehen und das wirklich einmal machen. Hier die gesamte Plate einmal auswählen. Von oben bis unten. Und dann einmal hier über G in der Y-Achse das Ganze ein bisschen dünner machen. Zum Beispiel so. Die Kante hier unten an den Seiten können wir auch nochmal nehmen, wenn wir es möchten. Und es auch nochmal verfeinern. Skaliere in der X-Achse nach außen so ein bisschen. Hier die Richtung. Und auch nochmal hier oben nach außen skalieren. Mit den beiden Vertices hier oben zuerst nochmal hier. So. Bis dorthin. Dann diesen hier nochmal nachziehen. Und das ist dann unser magisches Schwert für diese Folge. Wir nehmen noch den Hintergrund hier in Blender mal kurz auf. Ein bisschen was Dunkleres. Zum Beispiel auch hier komplett in den Schwarztonen mit reinnehmen. Und dann sehen wir hier unser finales Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis für diese Folge. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben in den Kommentaren auch da. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben auf diesem Video hier da. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr keine weiteren Tutorials mehr verpassen möchtet. Und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Wenn es mit dem nächsten Thema direkt weitergeht in die Blender Guide und Blender Creations. Und hey, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr es schwer fandet oder einfach. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Lars. Schaut doch noch gerne in die beiden Videos hier rechts hinein. Vielleicht ist es auch Themen, die ihr noch nicht kennt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Ciao, ciao.